Sie sind Unternehmer oder Personalverantwortlicher in einem Unternehmen und haben erkannt, dass eine gesunde Work-Life-Balance Ihrer Mitarbeiter Ihr Unternehmen erfolgreicher macht? Daher wollen Sie Ihren Mitarbeitern den Rücken frei halten? Unsere Beratungswerkstatt ist die richtige Plattform, in der auch Krisen der Mitarbeiter wie Trennungen, Geldsorgen oder Ähnliches aufgearbeitet werden. Der Familienservice ist als deutschlandweit agierendes Unternehmen, das bekannt für seine innovativen Konzepte ist, dafür der richtige Partner. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung setzen wir das neuartige Konzept der Beratungswerkstatt ein. Herkömmliche Methoden haben jeweils ihren Nutzen und ihre Defizite, weshalb wir zur Erweiterung der Einzelberatung mit unserem Angebot verschiedene Methoden kombinieren, um nah an den Bedürfnissen unserer Kunden zu sein und den Nutzen zu steigern. Die Beratungswerkstatt bedient sich dabei der neuesten Erkenntnisse der Lerntheorien und Hirnforschung. Die Beratung innerhalb dieses Konzepts verläuft daher in drei Phasen. Erste Phase, der Vortrag. In der ersten Phase vermittelt unser Referent den Teilnehmern den aktuellen Stand des Fachwissens zum Thema. Zweite Phase, der Roundtable. Die zweite Phase besteht aus einem Roundtable, einem kollegialen Coaching, in dem sich die Teilnehmer miteinander austauschen, denn sie sind die Experten in eigener Sache und lernen sich in der Gruppe geschätzt und angenommen zu fühlen. Ein weiteres Ziel des Coachings ist, dass die gleichberechtigten Teilnehmer Erfahrungen reflektieren und gemeinsam Lösungsideen und Perspektiven erarbeiten. Dritte Phase, das Face-to-Face. Mit der dritten Phase werden Einzelgespräche mit den Teilnehmern durchgeführt. Hierbei werden unter anderem beginnende Lernprozesse individuell fortgeführt oder Aspekte aufgegriffen, über die der Teilnehmer nicht in der Gruppe sprechen möchte. Wir unterstützen Sie mit systemischen, lösungs- und zukunftsorientierten Ansätzen und mit unserem Markenzeichen Innovation.